Kapitel 13 von Brennendes Geheimnis von Stefan Zweig Diese Libowox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erste Einsicht Weiter drunten am Weg blieb er endlich stehen. Er musste sich an einem Baum festhalten. So sehr zitterten seine Glieder in Angst und Erregung. So räuchelnd brach ihm der Atem aus der überhetzten Brust. Hinter ihm war das Grauen vor der eigenen Tat gerannt. Nun fasste es seine Kehle und schüttelte ihn, wie im Fieber, hin und her. Was sollte er jetzt tun? Wohin fliehen? Denn hier schon, mitten im nahen Wald, eine Viertelstunde nur vom Haus, wo er wohnte, befiel ihn das Gefühl der Verlassenheit. Alles schien anders, feindlicher, gehässiger, seit er allein und ohne Hilfe war. Die Bäume, die gestern ihn noch brüderlich umrauscht hatten, ballten sich mit einem Male finster wie eine Drohung. Um wie viel aber musste all dies, was noch vor ihm war, fremder und unbekannter sein? Dieses Alleinsein gegen die große, unbekannte Welt machte das Kind schwindelig. Nein, er konnte es noch nicht ertragen, noch nicht allein ertragen. Aber zu wem sollte er fliehen? Vor seinem Vater hatte er Angst, der war leicht erregbar, unzugänglich und würde ihn sofort zurückschicken. Zurück aber wollte er nicht, eher noch in die gefährliche Fremdheit des Unbekannten hinein. Ihm war, als könnte er nie mehr das Gesicht seiner Mutter sehen, ohne zu denken, dass er mit der Faust hineingeschlagen hatte. Da fiel ihm seine Großmutter ein. Diese alte, gute, freundliche Frau, die ihn von Kindheit an verzärtelt hatte, immer sein Schutz gewesen war, wenn ihm zu Hause eine Züchtigung, ein Unrecht drohte. Bei ihr in Baden wollte er sich verstecken, bis der erste Zorn vorüber war, wollte dort einen Brief an die Eltern schreiben und sich entschuldigen. In dieser Viertelstunde war er schon so gedemütigt, bloß durch den Gedanken, allein mit seinen unerfahrenen Händen in der Welt zu stehen, dass er seinen Stolz verwünschte, diesen dummen Stolz, den ihm ein fremder Mensch mit einer Lüge ins Blut gejagt hatte. Er wollte ja nicht sein, als das Kind von vor dem, gehorsam, geduldig, ohne die Anmaßung, die ein lächerlicher Übertriebenheit er jetzt fühlte. Aber wie hinkommen nach Baden? Wie stundenweit das Land überfliegen? Hastig griff er in sein kleines, ledenes Portemonnaie, das er immer bei sich trug. Gott sei Dank! Da blinkte es noch, das neue, goldene 20-Kronen-Stück, das ihm zum Geburtstag geschenkt worden war. Nie hatte er sich entschließen können, es auszugeben, aber fast täglich hatte er nachgesehen, ob es noch da sei, sich an seinem Anblick geweidet, daran reich gefühlt, und dann immer die Münze in dankbarer Zärtlichkeit mit seinem Taschentuch blank geputzt, bis sie funkelte wie eine kleine Sonne. Aber der jähe Gedanke erschreckte ihn. Würde das genügen? Er war so oft schon in seinem Leben mit der Bahn gefahren, ohne daran auch nur zu denken, dass man dafür bezahlen musste, oder schon gar, wie viel das kosten könnte, ob eine Krone oder Hundert. Zum ersten Mal spürte er, dass es der Tatsachen des Lebens gab, an die er nie gedacht hatte, dass all die vielen Dinge, die ihn umringten, die er zwischen den Fingern gehabt und mit denen er gespielt hatte, irgendwie mit einem eigenen Wert gefüllt waren, einem besonderen Gewicht. Er, der sich noch vor einer Stunde allwissend dünkte, war, das spürte er jetzt, an tausend Geheimnissen und Fragen achtlos vorbeigegangen und schämte sich, dass seine arme Weisheit schon über die erste Stufe ins Leben hinein stolperte. Immer verzagter wurde er, immer kleiner waren seine unsicheren Schritte bis hinab zur Station. Wie oft hat er geträumt von dieser Flucht, gedacht, ins Leben hinaus zu stürmen, Kaiser zu werden oder König, Soldat oder Dichter. Und nun sah er zaghaft auf das kleine, helle Haus hin und dachte nur einzig daran, ob die zwanzig Kronen ausreichen würden, ihn bis zu seiner Großmutter zu bringen. Die Schienen glänzten weit ins Land hinaus, der Bahnhof war leer und verlassen. Schüchtern schlich sich Edgar an die Kasse hin und flüsterte, damit niemand anderen hören könnte, wie viel eine Karte nach Baden koste. Ein verwundetes Gesicht sah hinter dem dunklen Verschlag heraus, Zwei Augen lächelten hinter den Brillen auf das zaghafte Kind. Eine ganze Karte? Ja, stammelte Edgar, aber ganz unstolz. Mehr in Angst, es möchte zu viel kosten. Sechs Kronen? Bitte! Erleichtert schob er das blanke, vielgeliebte Stück hin, Geld klirrte zurück und Edgar fühlte sich mit einem Male wieder unsäglich reich. Nun, da er das braune Stück Pappe in der Hand hatte, das ihm die Freiheit verbürgte und in seiner Tasche die gedämpfte Musik von Silber klang. Der Zug sollte in 20 Minuten eintreffen, belehrte ihn der Fahrplan. Edgar drückte sich in eine Ecke. Ein paar Leute standen auf dem Perron, unbeschäftigt und ohne Gedanken. Aber dem Beunruhigten war, als sehen alle nur ihn an, als wunderten sich alle, dass so ein Kind schon allein fahre, als wäre ihm die Flucht und das Verbrechen an die Stirne geheftet. Er atmete auf, als endlich von Ferner der Zug zum ersten Male heulte und dann heranbrauste. Der Zug, der ihn in die Welt tragen sollte. Beim Einsteigen erst bemerkte er, dass seine Karte für die dritte Klasse galt. Bisher war er nur immer erster Klasse gefahren und wiederum fühlte er, dass hier etwas verändert sei, dass es Verschiedenheiten gab, die ihm entgangen waren. Andere Leute hatte er zu Nachbarn, wie bisher. Ein peiterlinischer Arbeiter mit harten Händen und rauen Stimmen, Spaten und schaufelnden Händen, saßen gerade gegenüber und blickten mit dumpfen, trostlosen Augen vor sich hin. Sie mussten offenbar schwer am Weg gearbeitet haben, denn einige von ihnen waren müde und schliefen im ratterten Zug an das harte und schmutzige Holz gelehnt, mit offenem Munde. Sie hatten gearbeitet, um Geld zu verdienen, dachte Edgar, konnte sich aber nicht denken, wie viel es gewesen sein mochte. Er fühlte aber wiederum, dass Geld eine Sache war, die man nicht immer hatte, sondern die irgendwie erworben werden musste. Zum ersten Mal kam ihm jetzt zum Bewusstsein, dass er eine Atmosphäre von Wohlbehagen selbstverständlich gewohnt war und dass rechts und links von seinem Leben Abgründe tief ins Dunkel hineinklafften, an die sein Blick nie gerührt hatte. Mit einem Male bemerkte er, dass es Berufe gab und Bestimmungen, dass rings um sein Leben Geheimnisse geschart waren, nahe zum Greifen und doch nie beachtet. Edgar lernte viel von dieser einen Stunde, seit er allein stand. Er begann vieles zu sehen aus diesem engen Abteil mit den Fenstern ins Freie. Und leise begann in seiner dunklen Angst etwas aufzublühen, das noch nicht Glück war, aber doch schon ein Staunen vor der Mannigfaltigkeit des Lebens. Er war geflüchtet aus Angst und Feigheit, das empfand er in jeder Sekunde. Aber doch zum ersten Male hatte er selbstständig gehandelt, etwas erlebt von dem Wirklichen, an dem er bisher vorbeigegangen war. Zum ersten Male war er vielleicht der Mutter und dem Vater selbst Geheimnis geworden, wie ihm bislang die Welt. Mit anderen Blicken sah er aus dem Fenster und es war ihm, als ob er zum ersten Male alles Wirkliche sehe, als ob ein Schleier von den Dingen gefallen sei und sie ihm nun alles zeigten, das Innere ihrer Absicht, den geheimen Nerv ihrer Tätigkeit. Häuser flogen vorbei, wie vom Wind weggerissen und er musste an die Menschen denken, die drinnen wohnten, ob sie reich seien oder arm, glücklich oder unglücklich, ob sie auch die Sehnsucht hatten wie er, alles zu wissen und ob vielleicht Kinder dort seien, die auch nur mit den Dingen bisher gespielt hatten, wie er selbst. Die Bahnwächter, die mit wehenden Fahnen am Weg standen, schienen ihm zum ersten Mal nicht wie bisher lose Puppen und totes Spielzeug, Dinge hingestellt von gleichgültigem Zufall, sondern er verstand, dass das ihr Schicksal war, ihr Kampf gegen das Leben. Immer rascher rollten die Räder, nun ließen die runden Serpentinen den Zug zum Tale niedersteigen. Immer sanfter wurden die Berge, immer ferner, schon war die Ebene erreicht. Einmal noch sah er zurück, da waren sie schon blau und schattenhaft, weit und unerreichbar und ihm war, als liege dort, wo sie langsam in dem nebligen Himmel sich lösten, seine eigene Kindheit. Ende von Kapitel 13 Aufgenommen von Julien Niedermeyer